Nun, ich möchte eine extra Ergänzung machen zu dieser Unterhaltung, die der Herr heute zur Gemeinde gebracht hat. Dass ja, dass es wahr ist. Ich habe Leute gehört, dass sie sagen, ich kam mit der Prophezeiung. Ja, es ist wahr. Ich bin aus dem Ausland gereist und gab eine Prophezeiung einige Jahre zuvor. Und in dieser Prophezeiung platzierte der Herr mich exakt dorthin, wo ich sein werde. Der exakte Ort, wo ich sein werde. In Bezug auf Land, wo ich sein werde, wenn die Entrückung stattfinden wird. Nun, ich habe eine Idee davon, wo ich sein werde, wenn die Entrückung stattfindet. Und es wird in einem Treffen sein. Es wird in einem Erweckungstreffen sein, in einem Mega-Erweckungstreffen. Jedoch möchte ich euch auch in eine andere Unterhaltung bringen, in welcher der Herr mich auch an einem Ort präsentierte, als die Entrückung stattfand. Nun, der erste Teil. Die erste Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob fünf oder vier Jahre zuvor. Wo ich in einem Treffen sein werde. Ich kann sehen, ich habe eine Idee, denn ich kann einige Leute sehen. In diesem Treffen, ich habe eine Ahnung. Von diesem Land. Und was passiert, ist das, leider, wenn die Entrückung stattfindet, nicht all die Leute werden angenommen. Nun, dies ist die Realität. Die Realität vor Ort. Ich möchte, dass die Leute damit jetzt zerknittert sind. Eure Zuhörer es sehr gut begreifen. Dass das Fenster der Gelegenheit, während der Herr mir zeigte, dass nicht alle Leute es schaffen, ist, weil er möchte, dass ihr böse tut. Sodass ich es zu euch bringe. Und dass ihr jetzt euer Wandeln mit Jesus festigt. Und sexuelle Sünde meidet Lügen, Perversion. Unmoral, das Evangelium des Wohlstandes. All dieses andere Evangelium, welches ihr seht, auf TBN, Daystar, wie auch immer. Diese Art der Kleidung von den Frauen, die dort predigen. All dies, diese Täuschung und Verwirrung, die sie dort hinbringen, anstatt eine heilige Gemeinde vorzubereiten. Nun, ihr habt eine wahre Gelegenheit. Überall in der Welt, das Evangelium in Nigeria, Südafrika, Europa, wo auch immer. Asien. Ihr habt eine wahre Gelegenheit. Nochmals, der Grund, warum der Herr mich an diesem Ort brachte. Und das Land kenne ich. Ich weiß, dass es einige Bischöfe gab, die hier waren. Mit den Obererzbischöfen, letzte Woche. Und endlich vertraute ich ihnen an. Ich gab ihnen größere Details von diesem Land. Aber jedenfalls gab es ungefähr drei oder vier Bischöfe dort. Aber das Land, aber dieses Land kenne ich, weil ich die Leute ringsherum sehe. Und wenn die Erdrückung stattfindet, bin ich in einem Erweckungstreffen. Wenn der Herr die Gemeinde nimmt, wenn der Messias kommt, bin ich in einem Erweckungstreffen. Und ich weiß, dass ich zurückbleibe wegen der größeren Mission, die vor uns ist hier. Aber was mich exakt berührte, ist, dass Leute verblieben. Einige Leute sind verblieben. Einige Leute wurden hochgenommen und einige Leute sind verblieben. Und ich bringe es heute zu euch, nachts. Dass der Grund, warum der Herr mich dazu bringt, die Leute zu sehen, die verbleiben, ist, dass ich zu euch jetzt verkünde, alle von euch weltweit, so dass ihr jetzt euer Wandeln festigt, seid heilig und bereitet euch vor für das Kommen des Messias, dass ihr eure Errettung festigt, euer Wandeln mit Christus Jesus. Und jetzt wandelt ihr strenger, strikter, um sicherzustellen, dass es keine Porosität gibt in eurer Errettung. Denn dies sind die Dinge, die euch dazu bringen, zurückzubleiben. Diese Sünde hier, diese Sünde dort, dies zu akzeptieren. Wisst ihr, dies hier und dort zu tolerieren, so dass ihr festigt. Nun, er bringt mich dazu, zu sehen, dass einige Leute zurückgeblieben sind. Und ich erinnere mich an eine andere Unterhaltung wieder, wo einige Leute verblieben, und er bringt mich dazu, wo ich auf der Erde rolle. Dies habe ich quer auf dem Globus mitgeteilt. Ich habe es in Lima, Peru mitgeteilt, überall, Kenia, viele Länder, wo ich seufze und Zähne knirsche. Nun, wirklich, der Herr hat unterstrichen, die Tatsache, dass einige Christen zurückbleiben werden. Und dass ich komme und zu euch bekannt gebe, so dass ihr nicht zurückbleiben werdet. Nun, in der ersten Unterhaltung, wo ich vor einigen Jahren zuvor zu euch gekommen bin, und ich sagte, ich kenne das exakte Land, denn ich sehe die Leute. Und dann jetzt die zweite Unterhaltung. Ich wandle mit einigen von den Bischöfen. Und dann findet plötzlich die Entrückung statt. Und was der Herr tut, er macht eine große Dunkelheit. Wenn die Gemeinde so weggenommen wird, ist die ganze Erde in Dunkelheit getaucht, ist in sofortige Dunkelheit getaucht. Und nun, als ich versuchte wegzugehen, nachdem die Entrückung stattgefunden hat, die Gemeinde, ihr seid das Licht der Welt, wenn das Licht der Welt weggenommen ist, bedeckt eine große Dunkelheit die Erde. Und nun danach fing ich an, wegzugehen, fing an, meine Reise fortzubereiten, meinen Weg jetzt zurück nach Israel zu verfolgen, zu diesem Zeitpunkt. Und in diesem Prozess ich schaute und ich sehe einige, ein oder zwei Bischöfe, sie folgen mir noch nach der Entrückung. Und einige andere Leute. Aber ein oder zwei Bischöfe, und sie sagen, Oh, mein Herr, es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel hier. Denn Dunkelheit stürzte ein. Und sie haben ihre Füße gestoßen jetzt an den Steinen, wegen der Dunkelheit. Und dies ist eine sehr tiefgründige Unterhaltung, die der Herr gegeben hat. Nun, der Herr bringt diese Unterhaltung, sodass ihr wisst, dass dies kein Witz ist. Der Herr macht einen deutlichen letzten Aufruf. Nun stellt sicher, dass ihr nicht zurückbleibt. Nun, ich habe erhoben, ich habe diese zwei Unterhaltungen erhöht. Und ich habe sie jetzt aktualisiert bis zu diesem Tag. Sodass ihr wisst, dass einige Leute zurückbleiben werden. Aber der Grund, warum er mir zeigt, dass einige Leute zurückbleiben werden, vor dem Tag, ist, sodass ich euch warnen kann, dass niemand auf der Erde zurückbleiben wird. Dass alle Leute Christus Jesus empfangen, als Herrn und Erretter, seid richtig wiedergeboren, in dem Heiligen Geist getauft, getauft im kompletten Eintauchen im Wasser, und dann in dem Heiligen Geist, und dann in dem Prozess, fängt an, ein heiliges christliches Leben zu wandeln, Null Toleranz zur Sünde, und der Heilige Geist wird euch helfen, wird euch befähigen, und diese Durchlässigkeit überall in der Welt, wo alles und jenes hineinkommt, und geht innerhalb der Errettung, von dem Kreuz von Jesus. Dies ist eine Verpackung, dies ist eine verpasste Norm, dies ist eine Abweichung des Glaubens, dies ist eine Lüge des Teufels, ich sehe, dass einige Leute zurückbleiben werden, aber der Grund, warum er mir dies zeigt, vor diesem Tag, ist, dass ich euch Leute warne, dass niemand zurückbleibt. Der Messias kommt, bereitet den Weg des Herrn vor. und die Verpackung des Glaubens Hallens, wird ihr euch機嫌. Und die Verpackung des Glaubens Hallens, ist das eine Verpackung des Glaubens Hallens, nicht immer wieder von den Augen der Glaubens Hallens, und die sich die Verpackung des Glaubens Hallens. Vielen Dank.